General, Christo Hugo! Das ist der europäische Freiheitskampf des 21. Jahrhunderts, den wir an verschiedenen Fronten führen, aber mit einem gemeinsamen Ziel. Europa als Bollwerk und natürlichen Siedlungsraum der weißen Rasse zu erhalten und unseren Kontinent gegen seine Feinde zu beschützen. They can kill a man, but they can't kill the ID. They can ban an organization, but they can't stand in the way of the truth. Glory to the heroes! Hell Bulgaria, hell fortress Europe! We are not in this fight, we are not in this fight!